Herzlich Willkommen beim Filmbialog. Heute besprechen wir die Definition für mich von ästhetischem Horror. Und ästhetischer Horror macht genau das, was ich gerade gemacht habe. Er lässt sich Zeit, er lässt einen die Szene fühlen, schmecken und auch visuell versucht er anders auf deine Sinne einzuwirken als nur durch Schock. Aber über was sprechen wir denn heute? Ihr habt den Titel bestimmt gelesen, Suspiria. In den Krallen des Bösen. Wenn ich den deutschen Untertitel nenne, kann es sich natürlich nur um den 1977er Film von Dario Argento aus Italien Schrägstrich USA mit einem Drehort in Deutschland handeln. Und zwar, es ist einfach einer dieser Horrorfilme, die einen Ikonenstatus haben. Suspiria ist so ein Name, wenn man sich früher angefangen hat mit Horror zu beschäftigen. Was hat man dann zuerst gehört? Dawn of the Dead. Freitag der 13. Nightmare on Elm Street. Und irgendwann, wenn man so von dem Franchise Horrorfilm wegkommt, kann man nach einer Zeit zu sowas wie Suspiria, Tenebrae, Profondo Rosso, Les House on the Left, das Haus an der Friedhofsmauer, zu diesen Einzelwerken. Und es ist ein interessanter Film. Kamera machte Luciano Tovoli, der auch Tenebrae machte, sehr innovativer Kameramann in vielen sehen. Eine sehr interessante Kamera, aber da komme ich noch zu. Schauspielerin Jessica Harper, Shock Treatment. Interessanter Film, Shock Treatment, muss man sagen. Was sehr eigenes. Minority Report, und sie war auch ein Remake von Suspiria. Dann haben wir noch einen sehr jungen Udo Kier, aber in einer extremen Nebenwohnung, eigentlich fast egal. Metascore. Ein Horror von einem Film, sagt er, hast du nur gar nicht mehr gesehen. Und dümmliche Mischungen aus Horror und Okkultismus, die auf grobe Effekte setzt und die Atmosphäre völlig vernachlässigt. Lexikon des internationalen Films. Normalerweise lese ich die Meinungen des Lexikon des internationalen Films oftmals vor, um mich ihnen anzuschließen. Aber hier muss ich mich ganz hart dagegen stellen, weil das ist für genau ein Gegenteil von Suspiria. Worum geht es in Suspiria? Ein junges Mädchen zieht nach Deutschland, um dort Ballett an einer Tanzschule zu lernen. Aber dort werden immer wieder schreckliche Morde, finden immer wieder schreckliche Morde statt. Die Polizei tappt im Dunkeln und nun so, na, sie ermitteln nicht, sondern gerät immer tiefer in die Fänge, in die Krallen. Diese mysteriösen Verschwörungen um dieses Balletthaus. Das ist erstmal so die ganz simple Prämisse. Ein Mädchen ist eingesperrt in einer Horrorschule und versucht zu entkommen. Klingt erstmal simpel und das bleibt es auch. Sie wird nicht unbedingt der komplexeste Charakter, aber das, was den Film so toll macht, erstmal die Beleuchtung. Dario Argento, Mario Bava, das sind wirklich Filme, die Farbe lieben, die sich darüber auch ausdrücken und auch definieren. Und dann die extremen Gewaltszenen, die selbst heute noch überraschend sind, wie schlimm die an einigen Stellen noch. Und mit was für einer Vehemenz diese Gewalt eingesetzt wird in diesem Film. Es ist hier wirklich nur darum, die Zuschauer zu schocken und zu ekeln. Aber so, so ekelig manchmal ist man überrascht es. Der Film versucht aber auch so, für mich wie so ein Film wie The Fog, auf so eine langsame Art, ein Unwohlsein in dem Zuschauer zu erzeugen. Weil Susie Bannon, das ist das Mädchen, was Ballett lernt, die erlebt diese Schule genauso wie der Zuschauer zum ersten Mal. Und die Schule wirkt die ganze Zeit schon sehr gespenstisch. Ob es jetzt die seltsam verschobene Direktorin ist oder die Tanzleitung, die genauso seltsam ist. Der blinde Klavierspieler und sein Hund oder der komische Butler aus Ungarn, der nicht richtig, der irgendwie ein falsches Gebiss hat. Das sind alles sehr seltsame Charaktere, die einem schon von Anfang an das Gefühl geben, hier stimmt was nicht, hier ist was nicht richtig. Dieses Gefühl verstärkt sich sowohl für Susie Bannon als auch für den Zuschauer über den ganzen Film. Das ist was, was den Film sehr langsam werden lässt. Und das ist auch ein kleiner Kritikpunkt. Suspiria ist kein Horrorfilm, der vorwärts sprintet. Er geht. Er geht gemütlich, aber mit einer wahnsinnigen Präsenz. Es ist praktisch gesungen wie ein Modellaufsteg. Es ist wie ein Model auf dem Laufsteg. Es geht nur um Ästhetik, es geht nur um gutes Aussehen. Tolle Musik, schön beleuchtet, aber es ist langsam und toll anzuschauen. Und jemand wird fast in zwei Teile geschnitten. Das passiert nicht bei einem Modellaufsteg. Aber das passiert bei Suspiria. Suspiria ist ein sehr feministischer Film, wenn man so möchte. Es geht um Frauen. Es geht um Spoiler. Es geht um Frauen. Es geht um Hexen. Männer sind hier definitiv das schwache Geschlecht. Sie werden zurückgestellt. Sie sind immer als deformierte, kranke oder behinderte Menschen dargestellt. Frauen sind hier definitiv die in der Macht habenden Position. Sie haben die Leute verzaubert. Sie haben Macht über die Leute. Männer sind hier immer nur die zweite Geige. Können nicht eingreifen, können nicht helfen. Können sich nicht selbst verteidigen und nicht auf ihre Sinne verlassen. Während Frauen immer die Macht ausüben. Was sehr schön ist, ein Film, der diese Art wählt und dann trotzdem eine Frau in den Fokus des Horrors stellt. Anstatt natürlich, was dann noch konsequent gewesen wäre, einen Mann zu nehmen. Das ist eine sehr schöne Umkehrung in dem Fall. Der Film hat einfach nur eine tolle Energie. Hat wirklich schlimme Jumpscares. Jumpscares, die aber nicht wie klassische Jumpscares funktionieren, sondern eher so ein bisschen abgewandelte Erschreckmomente sind. Jeder kennt die Szene, wo eine der Mitschülerinnen von Susie Bennet durch das Fenster springt und auf einmal im Stacheldraht landet. Dieser Cut, weil man sieht es nicht, sie springt und dann cuttet die Kamera das nächste Mal und sie landet im Stacheldraht. Wirklich eine schlimme Szene. Da hab ich mich sehr doll erschrocken. Weil Suspiria, einer meiner Favoriten, was Horror angeht, gerade italienischen Horror oder Giallo. Ich würde es nicht unbedingt einen Giallo nennen, bis zu einem bestimmten Punkt ja. Hat aber auch mehr von so Okkultem als den klassischen Giallo. Sehr toller Film. Toll inszeniert. Die Laufzeit ist gut, wenn der Film auch sehr gemütlich ist. Er ist einfach spannend. Und die Auflösung ist toll. Der Film ist visuell Wahnsinn. Diese ganzen Dekorationen an den Sets. Jeder Raum sieht anders aus. Diese bunten, vielfarbigen Tapeten. Der Film ist einfach ein Spektakel einlein für die Augen. Und dann diese interessante und eigene Story, die man so auch nicht unbedingt wiedererlebt hat. Der Unterlicht. Das ist eine tolle Kombination. Wirklich Suspiria hervorragend. Guckt Suspiria. Ein toller Film. Wir sehen uns beim nächsten Mal beim Film Dialog. Bis dann.